Hast du das mal gespawnt, so wie es klingt. Haube sich so an, ja. Ja. Da müssen wir gleich hier vor. Warum schon mal so schlecht? Für deine LKWs. Mhm. Aber das sind halt auch die Rogues. Ja. Ich bin da, ich bin vom Noten gekommen zu dem LKW und dann schossen die Rogues schon am MP. Da habe ich mich dann auf der Straße hingelegt und bin auf der Straße lang gekrochen. Bis zum LKW. Und ich, ne? Hauptsache das Zielführen. Ja. Namens, Stali. Gegrüßt sei er. Ah, ich hätte mal den Machenkarki mitnehmen sollen. Da habe ich noch nie reingeguckt in die Bude. Letzten Weib hatte ich auch einen. Da war nicht so praller Kram drin. Mhm. Ist auch nichts mehr wert, der Schlüssel. Mhm. Okay. 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 Vielen Dank. Oh, selbst im Haus? Minus? Hm. Das ist ein Skepp. Keine Ahnung. Das ist ein Spieler, Spieler. Hat er eine Klatzer? Wie ich. Will er mal hingucken? Mhm. Steck nicht. Gegen überliegende Seite wäre er vielleicht, naja, wenn er einen Kumpel hat. Er war doch direkt im falschen Haus, Alter. Das müssen wir doch machen, Alter. Brauchst du eine Werkzeugkiste plündern. Aber du bist bestimmt für Terrorist. Was, bist du gut, Benji, auf der Treppe? Ja, ich bin auf der Treppe. Okay. Level 9. Okay. 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 Ich will erst mal rübergucken, nicht, dass drüben einer sitzt. Pass auf, dass dich die Rocks nicht entdecken. Ja, das ist auf jeden Fall am MG, der Rock. Okay. Im Turm. Sind das 150? Ja, 150, 200 vielleicht. So, natürlich angefixt, der Hund. Null. Was, hier rennt was? Ja. Ja. Schießt du? Ja. Hast du einen umgebracht? Nee. Der ist weggerannt. Wo war denn der? Der rennt ja am Ufer lang. Wo? Hä? Ach da. Das hat das doch. Die Rocks waren uns. Saugisch beschossen. Ja. Oh, 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 oh. Heck hier. Ja, ja. Oh, ja. Schluck, was schallgedämpftes, was schallgedämpftes. Stimmt so eine Ratte auf dem Snipererhügel oben. Wirklich, ja. Läufst du? Nee, ich hab mich gerade bewegt. Ja. Wo bist du, Benji? Ich stege neben dir. Ah, okay. So halb auf der Straße. Gibt's gerade nach. Trink mal einen Schluck. Mhm. Ich will jetzt das Sniperberg nochmal. Sehe ich nicht. das wäre schön so 100 meter headshot ich glaube hier ist keiner es kam auch was gesegnet ist an mir vorbei keine ahnung hat er zurückgeschossen gehabt auf den das wäre gerannt gibt es doch nicht du hast nicht umgelegt ich hätte auch kein ziel mehr gehabt oder um der ecke war willst du es ist noch rund Der Schlawiner drüben sitzt jetzt. Halt den noch auf der Straße aus, glaube ich. Das Gäff. Da ist das Gäff. Oh. Ah, geil. Den muss ich erschießen. Mache, 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 mache. Ich hab doch Longroad. Mhm. Wo war der? Gönn dir. Ah, dahin. Der rannte grad nach rechts. Oh, was war das? Da ist er erbarmungslos zusammengebrochen. Der hat ja viele Knarre, das ist glaube ich krass. Ja. Oh, zwei. Geil, ich hab den anderen auch noch umgelegt. Ah, cool. Das kann man sich geben. Ah Mist, der kann ich nicht richtig schön hoch gucken. Nee, ich komm nicht höher. Oh, Mist. Da wird auf den Mini gestapft. Ehrlich? Was sagen so? Ich hab nichts gehört. Ich hab grad eine Explosion gehabt. Aha. Bei mir war nichts. Ich komm hier ran. FBI, open up! Also, die Rogtürme sind unbesetzt. Blaze, willkommen zurück. Okay, dann können wir eigentlich... Ich hab, glaube ich, nichts gesehen. Oh, ja. hinter uns abdecken. Ja. So, zum anderen Wasser rüber. Also, anderen Uferseite. Mhm. Also, ich... Entsatz. Andergonist, herzlich willkommen. Ich danke dir für dein Follow. Freu ich mich riesig. Danke, 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 danke. Oh, wow, wow, wow. Alter. Der ist zornig. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Warte, bleib nicht das Super Rex. Jetzt brauche ich hier eine Bandage, Junge. Alter Schweder. Das ist in dem Turm, ist doch okay. Viel zu leise, die Sounds halte ich für ein Gerücht. Irgendwie. Erstmal breit ihr Anfänger. Stand unter dem, was? Stand unten lang über Berg. Euch hat das... Ach so, von der Halle hinten raus. Habe ich gesehen. Ich kann den Sound ja auch nicht so laut aufhängen, dass wir hier die Ohren wegfliegen. Deswegen, also... Es ist schon... Oh, hier kommt was an. Ich laufe gerade. Ach nee, hier rennt was, ja. Aber wieso schießt denn das denn hier? Wieso schießt jetzt das MG nicht mehr, Alter? Vielleicht... Was ist das? Da drüben? Oh, ja. Ich hab was gesehen. Spieler? Die musst du umlegen. Kein Ziel mehr. Kein Ziel mehr. Kein Ziel mehr. Er ist da ins Ding gerannt. Okay. Na gut, dann lassen wir erst mal... Ich bin nicht... Also schlägt... Der Pegel schlägt schon ganz schön aus. Wenn ich hier das noch lauter mache, fliegen den anderen ja die Ohren weg. Also ich muss gehörtechnisch auf mich selber achten. Ich muss ja auch immer noch ein bisschen lauter drehen bei mir, damit ich meine Mates auch ordentlich höre. Aber auch nicht zu laut. Es ist ein Balanceakt und ich denke eigentlich bisher hat sich noch keiner besperrt. Sollte passen. Das MG mit dem Zelt ist unbesetzt. Ich weiß, was du meinst. Du meinst die, ähm... Die Alerts. Ja, die muss ich ein bisschen lauter machen. Da hakt es wieder los. Ja, mit den Alerts hast du recht. Schub uns. Schub uns. Oh, ich hab mir nicht mal was zu essen mitgenommen. Auch nix mit. Scheiße. Du läufst? Ja, Blaze. Muss ich mal lauter machen. Das meinst du gar. Sorry. Habe ich falsch verstanden. Ich bin... Ich lauf jetzt erstmal ein bisschen. Aber ich hab das MG nicht gesehen. Was soll das für ein MG gewesen sein? Ich denk mal vom Dach aus irgendwie. Von so einer Halle oder so. Hä, das sieht mich doch gar nicht. Geh mal rüber zum... Ich bin tot. Hä, was ist denn das für ein Scheiß? Lauf Benji. Hä? Ich hab keinen MG gesehen und war schon tot. Ich auch nicht. Und warum hat es nicht auf mich geschossen? Bist du tot? Ich war ja viel weiter vorne. Nee. Keine Ahnung. Mist. Verstehe ich nicht. Au! Ich voll die Tür bin auf dem Mining. Nein! Alter! Oh, Mann. Und? Und? Jaaa. Jaaa. Jetzt ist es 31.